Hallo Leute, Willkommen zu einem kleinen Unboxing und ja, ich möchte noch etwas sagen, bevor es richtig los geht. Das Paket habe ich schon mal geöffnet, weil es schon ein älteres Paket ist, deswegen der Beweis ist schon offen. Also, dann packe ich das gute Stück mal aus, also zum zweiten Mal. Ich bin so gut, irgendwie... Ach, hier. So, das wäre jetzt der Inhalt des Pakets. Verliefer, Scheine, Trash, Trash. Auf jeden Fall, das ist das gute Stück. Es ist Battlefield 3 Limited Edition von EA. Okay, da ist die Rückseite. Wer lesen will, ich kann es nochmal scharf stellen, die Schrift. Dann komme ich hier zur CD und zum Innenleben der Verpackung. Dann habe ich hier noch super Zettel beigekriegt. Einmal das DLC Back to Car Kind habe ich gerade bekommen, weil ich eben die Edition gekriegt habe. Dann kann ich mir auch alle Zeit die Waffe holen, die ich hier drauf habe. Mal kurz gucken, wie die heißt. Ich habe nämlich den Namen bis jetzt noch nie nachgeguckt. Dann ist hier die normale Installationsanweisung. Und das war es erstmal für das Unboxing. Ich möchte jetzt noch eine kleine Frage stellen. Wer will, dass dazu Let's Play kommt? Das sollte nämlich, um genau zu sein, vom Multiplayer-Modus. Der soll das Problem mal in die Kommentare schreiben. Wenn die meisten Kommentare dafür stimmen, oder auf meinen Facebook-Post dafür stimmen, dann werde ich es machen. Im Multiplayer-Let's Play wäre ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich dann mein Minecraft-Let's Play beende, ja, beende in Anführungszeichen, aber davon wird es dann zumindest ein Let's Play geben. Das war es, also bis dann.